Ja, solltest du übrigens Magnum Munition finden, äh, nimm die mit. Ich hab nur zwei Schuss dafür. Oder ne Mosin. Okay. Ich hab schon wieder ein Kaninchen gesehen. Äh, gehört. Aber das ist phänomenal. Ich komme mir in dem Spiel irgendwie immer beobachtet vor. Egal, wo ich bin. Bin ich hier überhaupt? Keine Ahnung. Ich mach mal Licht an. Achso, weil die im Zimmer. Haha. Das wird doch recht dunkel und, äh, es ist schon extrem, wie schlecht meine Webcam damit umgeht, weil das alles so extrem streifig gerade wird. Wird er dann nicht eher krisselig? Ne, es bilden sich so ziemlich... ...streifen, ne? Keine Ahnung. Das hört sich nicht normal an. Ach, guck mal an. Ich hab ein Flüsschen gefunden. Ist der auf der Karte eingezeichnet? Guck mal, da laufen zwei Spieler. Gucken, ob ich die fragen kann, ob die mir helfen können. Ja, mit Sicherheit. Guck mal, geht über studieren. Oh oh, ne, nicht schwimmen. Ich wollte jetzt nicht testen, ob das mit den Rucksäcken funktioniert. Wieso kann ich denn hier nichts trinken, verdammte Scheiße? Da musst du doch in der Hocke sein, oder? Oder wahrscheinlich nicht mehr frei haben. Ich schau mal eben auf die Karte, ob ich das Ding irgendwo sehen kann. Glaub aber eher nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Weg ordentliche oder... ...koll es mal ankommen. Vielleicht weiß ich nicht so ungefähr. Hm. Hm. Kann ich leider nichts sagen. Hallo. Hi, Guy. Hi. German. Ja, das würde ich nicht zu antworten, oder? Ja, stimmt natürlich. Grüß euch. Ihr habt nicht zufällig was zu essen? Oh ja, ich hätte ein bisschen was. Ich kann auch was geben. Ach, im Ernst? Boah, du würdest mein Leben retten. Du bist gerade live in einer Aufnahme. Ach, Tatsache? In was für einer Aufnahme? Hast du was zum Öffnen von Dosen, oder? Brauchst du... Ich habe leider nichts zum Öffnen von Dosen. Dann nimm das hier einfach. Ich habe es auf dem Boden gerade. Du bist übrigens auch in einer Aufnahme. Ich weiß nicht... Ah, du... Okay, du nimmst auch auf. Ja, ich weiß nicht, ob der YouTube-Kanal Peets mit dir was sagt. Ah, du bist Beat-Smith? Korrekt. Gegrüßet seist du, freundlicher Mensch. Servus, ich bin relativ kleiner... Nimm sein Essen und snack ihn weg. ...und dann ist ein Let's Player. Ich nehme es seit ca. 4 Monaten auf. Ich kann auch mal den Namen schreiben. Ja, gerne. Schreib doch mal den Namen. Okay, da die Leute den Namen gerade nicht sehen, weil ich eine Facecam habe, nenne ich ihn nochmal The Nis. Danke. So, ich habe da... Was? Das müssten zwei Sachen gewesen sein. Was hat man da denn? Ich könnte noch... Ich brauche noch eine zweite Dose. Ich kann nur noch eine Dose geben, wenn er will. Ich möchte nicht, dass du mehr abgibst, als du hast. Nein, nein, ich habe genug. Das geht ja auch nicht genau. Ich habe vorher von dem was auch bekommen und das war's gut. Im Ernst? Ja, also ich bin... Was Durst angeht, bin ich orange und Hunger bin ich gelb. Also, falls du tatsächlich noch was überhaben solltest, dann wäre ich dir sehr dankbar. Guck, es gibt freundliche Leute bei der See. Ja, Peter, halt sie noch ein bisschen hin. Gleich komme ich aus dem Busch und snack die weg. Die haben leider nichts Spannendes. Ach du Scheiße, jetzt bin ich an einem See. Fuck. Scheiße. Dann habe ich mit der Katja überhaupt noch gesehen. Blutig? Oh ja, ich blute. Geile Scheiße, ey. So, verbinden, kann ich verbinden? Hoffentlich bin ich nicht an Gorka schon vorbei oder so. Ich habe nichts, glaube ich. Ne, ich habe nichts. Scheiße. So. Es gibt noch freundliche Menschen bei der See. Ich bin begeistert. Ja, ich glaube, bei der Standalone noch eher als beim Mod. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und gerade wenn du auf Hardcarserbern unterwegs bist, die sieht zwar jetzt gerade keiner, aber wenn du auf Hardcarserbern bist, brauchst du wirklich Leute, die sich auskennen oder mitmachen, weil sonst alleine schaffst du das glaube ich nicht. Okay, da vorne sind die Sachen, die du hingelegt hast. Genau, die habe ich da hergelegt. Nimmst du ein. Ich möchte hier nichts trinken. So, ich hätte es vor, zum Air-Strip drauf zu gehen nachher. Ich will doch nur was trinken. Warum geht das nicht? Ich habe Marvin auch nur vorher so kurz getroffen. Was, okay, trinkst du mal. Ach, weißt du was? Dann komme ich doch direkt mit. Du kannst direkt zum Airfield kommen, Christian. What? Der ist direkt hier dran. Geht zum Airfield. Zum nordöstlichen Airfield. Bei Krasnostav? Ja, genau. Okay, das wird aber spannend, weil wie gesagt, ich habe gerade irgendwo im Wald einen See gefunden, den finde ich auf der Karte nicht. Ach, du weißt gerade gar nicht, wo du bist. Ich bin eigentlich auf dem Weg nach Gorkarp. Okay. Ich kann ja auch vor dem See schon wieder nicht trinken, ich verstehe nicht warum. Egal. So, Kompass ausgepackt. So, ich habe auch alles gegessen und getrunken. So. So, Pass, dann gehen wir mal. Ungefähr weiß ich den Weg. Ganz genau weiß ich ihn nicht, aber irgendwie werde ich schon kommen. Ich hätte einen Kompass. Ja, ich weiß, wir müssen die Bankleise einfach entlang und dann können wir irgendwann nach links rauf abbiegen. Und dann kommen wir in die Nähe vom Airstrip. Ihr habt alle keine Schusswaffen, oder? Nein, ich habe vorher gerade das Bank von mir. Ja, ich auch. Ich bin direkt bei Werenzino gespawnt. Marvin, du hast kein Mikrofon, nehme ich an. Ah. Ah. Marvin hat kein Mikrofon. Das ist ganz nett, hier sind zwei Typen, die ich gerade zufällig getroffen habe. Ich habe mich halt mit Essen und Trinken versorgt. Und mich gefragt, ob ich mit will zum Airfield. Ja, das ist doch gut. Ich habe jetzt hier gerade eine Straße gefunden. Die Sonne steht hier im Südwesten, circa. Eher im Süden. Dann braucht das kein Kompass. Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Ich kann nicht unbedingt immer auf alles antworten, gerade weil ich noch mit einem Kollegen im TS hänge. Der, äh, der versucht irgendwie zu mir zu stoßen, weil er fast tot ist. Oh, jetzt habe ich es gesagt, verdammt. Toll, Peter. Nice. Der ist fast tot und hat einen Vieh und all so ein Kram. Das habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt. Das sehen die doch, wenn ich gleich ankomme. Ja, dann musst du die halt abschießen auf Entfernung. Die haben beide keine Waffe. Hier in der siehst du mir nur so lange befreundet, wie man voneinander profitieren kann. Die Straße hier, die verläuft nach Süden. Das verwirrt mich ja gerade mal voll, um Jura. What? Da ist doch kaum eine Straße, die nach Süden geht. Bist du sicher, dass die nach Süden füllt? Ich glaube, die Sonne steht gerade südlich. Die steht im Südwesten. Ja, okay. Süd-Süd-West. Ähm. Aber ich sehe auf der Karte echt... Achso, du hast ja eben Krapas. Ja, stimmt. Das ist Quatsch. Jetzt haben die Striche bei mir aufgehört wieder bei der Webcam. Echt komisch. Sehr gut. Ja. Was sagst du? Ich habe dich nicht verstanden. Wir sind ein bisschen südlich vom Airstrip, weil wir müssten gleich da sein. Ach, weißt du was? Ich laufe weiter Richtung Osten. Einfach weiter Richtung Osten, genau. Hopp. Irgendwann, spätestens wenn ich am Meer ankomme, weiß ich, wo ich bin. Die Waffe kann ich ja wegpacken. Nein, nehm die Fäuste, Ona. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob der Typ weiß, wo wir sind, weil ich habe das Gefühl, dass wir noch viel zu weit vom Airstrip weg sind, als er denkt. Ich wollte gerade sagen, du, das ist ja nicht... Ihr seid im Beresino gewesen, ne? Naja. Und da ist der Weg jetzt nicht so unendlich lange, aber ich glaube nicht so kurz, wie er dachte. Aber ich sehe den Berg schon, also... Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass das noch ein Stückchen ist. Ähm, ich glaube, der Berg da vorne, dem liegt doch der Airstrip zu Füßen, oder nicht? Ja, ich glaube, das ist jetzt das Dorf südlich davon, weil das Kleine. Das könnte sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hätte nicht gleichzeitig reden und rennen kann. Der bleibt immer stehen, wenn er redet. Wo ist der Zombie jetzt hin? Ne, Quatsch, er versucht sich zu orientieren, das ist der Punkt. Wollen wir kurz durch die Häuser schauen? Ja, mach mal, weil ich brauche hier auch... Ja, mach ich auch. Ich gucke auch hier ins Häuschen rein. Ja, werde ich auch machen, weil... Ich glaube, er hat mir gerade sein letztes Essen und Trinken gegeben. Ich bin immer noch Firsty. Aber nett, muss man ja mal sagen. Ja, hat er auch gemacht, bevor er wusste, wer ich bin. Also... Malerweise hätte ich das noch nicht gesagt, wenn er nicht gesagt hätte, dass ich jetzt live in der Aufnahme bin. Ah, hier ist nichts gespawnt. Ne, wenn wir auch nicht. Das ist echt witzig. Ich bin echt bei Häusern und ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Doch, ich bin da oben bei Alter. Ich glaube, ich muss schon wieder ein bisschen mehr... Alter! Ja, ja, genau. Ich glaube, ich muss schon wieder ein bisschen mehr... Äh, nach Ost... Was ging das auch mit? Weil hier wären aber mehrere Häuser. Seltsam. Und sowas waren wir bei den Pfadfindern, ey. Weißen Bescheid. Wie hier jetzt ein zweiter auf einem Zombie rumkloppen, ey. Und ich mache hier einen ganz alleine ohne Probleme. Du bist doch einfach der Man, Peter. Ich glaube, die hauen sich gegenseitig um. Ich bleibe da mal ein bisschen außerhalb von. Ich glaube, die haben sich gegenseitig um. Jeder hat es wieder nur Zwister am Seen, ey. Ne, ne, ne. Ich sage ja nichts. Ich gucke nur zu. Weil die sind halt... Die bluten, haust sie um. Die sind halt beide quasi auf den Zombie zugerannt, aber aus entgegengesetzter Richtung, weißt du. Und dann ist der Zombie so leicht weggeglitscht. Und dann sah das aus, als würden die sich halt gegenseitig, weißt du, so eine geben. Weil so echt so aufeinander zugerannt und dann wie so ein Comic. Ja, ich glaube, ich bin wirklich bei Alta. Die Häuser hier sind auch ziemlich leer, oder? Ja, teilweise. Halt, ich war in einem drinnen, aber es sind ein paar offene auch dabei. Halt, es war schon irgendwer da. Ja, okay. Hopp, 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 hopp. Es könnte sein, dass das beim Erbstrip ähnlich ist. Ach, ich sorge schon dafür, dass da was ist. So, die Straße da, die sieht bekannt aus. Die sollte dann... Ne, da laufe ich einfach drüber. Okay, also ich habe hier in den Häusern leider nichts gefunden. So, ich hoffe mal, dass die Straße da hinten zu einer Kreuzung führt. Jetzt muss ich einen kleinen Umweg machen, äh, nur mal, um zu testen, ob ich mich richtig orientiert habe. Mach doch mal. Bitte, bitte, lass da unten eine Dreierkreuzung sein. Jawohl, in der Tat. Hammer, geil. Ich weiß, wo ich bin. Sehr gut. Genau westlich von Gorka. Da steht es auch. Rupka.